Musik Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Mein Name ist Christoph von der Deutschschule Diedekiantan. Heute sprechen wir die Worte von Lektion 10, Menschen A1. Legen wir los. Nomen Der Verkehr Der Verkehr Das Verkehrsmittel Das Verkehrsmittel Der Bahnhof Der Bahnhof Der Flughafen Der Flughafen Das Taxi Das Taxi Der Bus Der Bus Der Zug Der Zug Der Zug Der Flugbahn Das Flugzeug Das Flugzeug Das Flugzeug Das Gleis Das Gleis Das Gleis Der Bahnsteig Der Bahnsteig Der Bahnsteig Der Bahnsteig Das Gepäck Das Gepäck Das Gepäck Jetzt sprechen wir über Verbe. Ankommen, ankommen, anrufen, anrufen, einkaufen, einkaufen, fernsehen, fernsehen, du siehst fern, du siehst fern, einsteigen, einsteigen, aussteigen, aussteigen, umsteigen, 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 mitbringen, mitbringen, abholen, abholen, abfahren, abfahren, du fährst ab, du fährst ab, aufpassen, aufpassen, nehmen, nehmen, du nimmst, du nimmst, er nimmt, er nimmt, zurückbleiben, zurückbleiben, zurückbleiben. Jetzt sprechen wir über das Arbeitsbuch Lektion 10 Menschen A1. Wichtige Wörter Die Minute Die Minute Zu Hause Zu Hause Entschuldigen Sie Entschuldigen Sie Entschuldigen Sie Bekommen 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 Also Dann 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 Gerade 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 Nächste 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 Ab VIEL Vielen Viele 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 Auf 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 Gleis 10 Auf Gleis 10 bis, bis, bis bald, bis bald, zu spät, zu spät. Das war Lektion 10. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr gebt uns ein Like und abonniert unseren YouTube-Kanal. Tschüss.